Passt bei mir einfach nicht rein, kann ich mir nicht vorstellen, das bin einfach nicht ich. Dere Leute, was geht ab? Maximilian am Start. Ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Ich bewerte eure Outfits. Corona Edition. Auf Instagram habe ich euch dazu aufgerufen, weil das Unboxing, ja, sollte diesen Freitag stattfinden, geht es sich aber nicht aus, weil ich die Geldbörse morgen noch bekomme. Deswegen Unboxing dann am Sonntag, Freunde. Instagram, da habe ich euch geschrieben mit dem Hashtag Maximilian. Könnt ihr eure Outfits quasi mehr oder weniger einsenden? Ich suche mir die heraus, die ich am nicesten finde. Übrigens auf Instagram vorbeischauen, liebe Leute, MaxObe, mich heiße ich da. Ja, wenn man Maximilian eingibt, einfach 30.000 Einsendungen. Von dem her, ich habe wirklich nur die genommen, die mich am meisten angesprochen haben. Auch wenn ihr teilweise ein bisschen gebettelt habt darum, nur in diesem Video dabei zu sein. Aber ich habe wirklich, um es fair zu halten, nur die genommen, die mich am meisten ansprechen, unabhängig davon, wie oft ihr mich darum betet, euch ins Video reinzunehmen. Ja, also das hoffentlich als Verständnis. Ich habe mir ein paar Outfits herausgesucht, Freunde. Wir werden uns die gemeinsam ansehen. Ich werde so ein bisschen ein Rating dazu abgeben und wir werden uns ansehen, was ihr da so getragen habt. Übrigens, große Props an euch. Da waren richtig nice Outfits dabei. Also ich habe kaum Outfits gefunden, die ich kacke fand. Also mittlerweile muss ich sagen, ihr könnt euch alle richtig gut anziehen. Also finde ich ganz, ganz nice, Freunde. Wir schauen gleich mal rein, welche Outfits ich ausgewählt habe und gehen jedes einzelne durch. Das erste Outfit habe ich hier, Freunde. Ist auch gleichzeitig eins meiner Lieblingsfits. Wir sehen hier eine Jeansjacke oder ein Hemd mit, ich glaube, das ist ein Samtstoff oder vielleicht ist es auch Baumwolle. Mit einem Strickpullover. Da leuchtet noch ein Louis Vuitton-Gürtel heraus und die neuen Sakai. Auch ich habe die in schwarz. Wir haben dazu eine Jeans in so einem Straight Cut. Ich würde nicht sagen, dass die besonders baggy ist, aber auf jeden Fall eins meiner Lieblingsfits. Die Schuhe absolut nice, Freunde. Also das ist wirklich auch von mir jetzt noch ein Grail. Wenn ich die so sehe, muss ich mir direkt überlegen, die auch zu holen. Sehr, sehr nicer Fit auf jeden Fall. Würde ich tatsächlich eine 7,5 von 10 geben, weil ich jetzt nicht so der Fan bin von diesen Rollkragenpullovern. Für mich selbst nicht so der Fall. Aber ihm steht sehr, sehr gut. Das Outfit wurde gemacht vor der WU. Also auch ein Ehrenwiener. Grüße geht raus. Eindeutig 7,5, wenn nicht sogar 8. Ja, sagen wir 7,5 von 10. Sebastianos heißt er. Also sehr, sehr cooler Fit. Der nächste junge Mann kommt aus München. Wir haben hier eine The North Face Jacke. Eine 700er, soweit ich das erkennen kann. Ich finde das Muster sehr, sehr schön. Dazu hat er hier so eine Hose mit Buntfalt auch angezogen und hat farblich im Matchy-Matchy-Modus dann noch die Jordans kombiniert. Auch hier sehr, sehr clean. Passt gut zur Jacke. Finde ich sehr, sehr gut gelungen. Wir haben hier noch eine Aufnahme für ihn. Vielleicht hat er die Haare auch noch versucht, Ton in Ton abzustimmen. Auf jeden Fall ein nicer Fit. Würde ich geben eine 6,5 von 10. 6 von 10 vielleicht. 6,5 von 10. Ich mag die Farbe sehr, sehr. Also von dem her, merkt ihr, ich bin da relativ streng unterwegs. Aber eine 10 von 10, Freunde, schafft halt nur Gucci-Sexiness. Freunde, wir machen direkt weiter mit dem nächsten Outfit. Den Sebastianos. Ist das der gleiche wie vom ersten? Ah, tatsächlich. Also wilde Fitz auf jeden Fall am Start. Er trägt hier die Blazer. Allerdings in der Kooperation mit Sakai auch. Sehr, sehr schöner Schuh. Mit Giftgrün kombiniert mit dem Friends & Family Hoodie, der am Black Friday kam. Vielleicht gibt es da jetzt nochmal einen Retouren-Drop, Freunde. Seid auf alle Fälle gespannt. Hat er sehr, sehr gut farblich auch abgestimmt. Dazu trägt er hier so eine Kamujacke. Schmuck ist nicht mein Fall. Sag ich ganz ehrlich, das ist mir etwas zu Overload und trifft nicht zu ganz meinen Vibe. Aber ansonsten sehr, sehr schönes Outfit. Jetzt nicht nur wegen dem Friends & Family, sondern weil ich auch die Hose dazu sehr gerne mag. Ich wüsste, ich bin ein großer Camo-Fan und er hat das farblich auch mit den Schuhen abgestimmt. Das heißt, jede Farbe findet sich in jedem Piece wieder. Ich bin ein Freund davon, Dinge miteinander zu kombinieren. Auch Farben natürlich. Also für mich eine 8,5 von 10, würde ich sagen. Sehr, sehr schönes Outfit auf jeden Fall. Wir kommen direkt... Ah, hier ist noch ein Bild. Wie er das trägt. Spannend. Ich frage mich, wo der war. Okay. Paragraphs hat er nochmal drunter geschrieben. Also sehr, sehr nice. Schauen wir zum nächsten Fit. Das erste Mädchen in unserer Runde. Hat hier Jordans an. Dazu eine weiße Hose. Und klassisch natürlich, wie es Frauen tragen. Ich weiß nicht, die nennt man sowas ein Crop Top oder so. Und dazu dann nochmal ein Hemd. Ein fläschiges mit einigen Applikationen. Kann man machen. Finde ich ganz nice. Jetzt eher so in der Frauenrichtung. Würde ich geben. An auch eine Wienerin. Sehr, sehr viele Österreicher heute am Start. Würde ich geben eine 6,5 von 10 All Eyes. Und mir schreibt sie noch dazu. Und den Hashtag Maximilian. So, wo ich dazu aufgerufen habe. Schauen wir zum nächsten Fit, Freunde. Den finde ich sehr, sehr nice. Also ich feiere diese College-Jacke. Ich feiere die Jordan Low, die er dazu trägt. Es ist nicht ganz Ton in Ton. Aber genau das finde ich gut. Weil das leicht ausgeblichen wirkt. Dazu eine Baggy Jeans. Die College-Jacke ist absolut wild. Meiner Meinung nach. Don Care. Eine Marke, die ich vor kurzem im Stream mal schon irgendwo gesehen habe. Macht anscheinend sehr wilde College-Jacken. Ich finde den Grünton nice. Also auch eins meiner Favorites. Auf jeden Fall. Würde ich geben eine 7 von 10. Tatsächlich. Natürlich auch eher basic gehalten. Aber mich spricht das einfach an. Mit diesen Schuhen dazu. Und der Jacke. Also top fit auf alle Fälle. Schauen wir weiter zum nächsten. Natürlich eins meiner Favorites, Freunde. Er trägt das Liberty & Justice Tee. Dazu eine Straight Jeans. Könnte eine Levi's sein. Vielleicht aber auch eine Weekday. Ich feiere den Farbton der Hose. Ich mag diese Waschung. Ich mag dieses Grau. Ich habe eine ähnliche Hose. Allerdings noch etwas heller. Dazu trägt er dann nochmal die Jordans. In seinem Hellblau-Ton greift quasi hier das schöne Hellblau vom M&M-Tee nochmal auf. Also natürlich auch eins meiner Favorite Fits. Hier haben wir noch ein Bild. Also sehr, sehr gut gemacht. Natürlich auch eher schlicht gehalten. Aber Freunde, ich bin ein Fan von schlichten Dingen. Würde ich eine 7,5 von 10 geben. Gefällt mir sehr, sehr gut. Gut, Freunde. Schauen wir zum nächsten Outfit. Wir haben hier, ich wollte fast schon sagen, seine Root-Tattoo-Jacke. Aber ich glaube, das ist sowas in die Richtung Zara. Vielleicht aber auch Weekday. Eine Puffer-Jacket. Die mir sehr gut gefällt. Ich habe eine ähnliche. Er schaut auch so aus. Es würde die gut warm halten. Also auch perfekt für Leon eigentlich. Ich glaube, er hat die Louis Vuitton Billionaire Sunglasses. Dazu ein Tennis-Armband. Ich weiß jetzt nicht, ob das echte Diamanten sind. Aber keine Ahnung. Kann man nichts sagen. Die Hose dazu. Auch was erinnert. So eine Karhard-Hose. In so einem Beige-Ton. Oder fast schon gräulich. Und dazu trägt er die Travis Scott Air Force. Ah, die Travis Scott Dunk Low. Sehr, sehr schön auf jeden Fall. Gefällt mir gut. Natürlich auch eher schlicht gehalten. Aber da kommt man bei mir voran. Finde ich einfach nice. Cleaner Look. Würde ich geben. Eine 7 von 10. Finde ich sehr, sehr nice. Und ich feiere natürlich auch den Schuh. Da hat sich. Grüße gehen raus an die Victoria Pablas. Die hat sich da reingeschlichen. Die fällt natürlich komplett aus dem roten Faden hier heraus. Mit ihrem Outfit. Aber natürlich, klassischerweise trägt sie Chanel-Sneaker. Hat dann nochmal eine Chanel-Bag. Mag quasi beim Papa einkaufen. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier, glaube ich, einen Karl-Lagerfeld-Rucksack. Eine Givenchy. Ein Givenchy-Pullover oder Shirt. Dazu nochmal eine Cap und eine Lederjacke. Also es sind mir einfach zu viele Applikationen auf einmal. Aber ich kenne ihren Style. Und ja, die Basecap, die sehe ich selten bei ihr. Aber ansonsten sehr plakativ unterwegs. Markenlastig natürlich auch. Aber so kennt man es von der Wiki. Gut, schauen wir weiter. Hier, so viele Wiener Freunde. Was ist da los? Wir haben hier einen jungen Mann mit einem, ja, Washed-Hoodie. Dazu diverse Chains. Die Brille dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie diese Dinger heißen. Freunde, wie nennt man das? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Mir fällt es jetzt nicht an. Wir haben dazu, ich glaube, das ist eine Saddle-Bag. Mit dem klassischen Dior-Monogramm. Dazu dann nochmal eine Jeans. Die auch sehr, sehr schön ausfällt. Und ich glaube, das sind auch so Dior-Schlappen, die er hier trägt. Also auch ein Cleaner-Fit, der mir ganz gut gefällt. Ich glaube, der Bratan hat nochmal eine ganz wilde Uhr am Start. Eine AP. Also läuft bei dir, Brudi. Schönes Outfit auf jeden Fall. Sind das Cartier-Gleises? Ich glaube, ja. Ja, schaut danach aus. Also auch ein Cleaner-Fit, der mir gut gefällt. Würde ich tatsächlich eine 7 von... 7,5 von 10. Ja, wir gönnen ein bisschen, Leute. Gut, schauen wir weiter zu einem Fit. Die Hose nicht mehr im Fall. Ist mir persönlich viel zu skinny. Er trägt die Ambush Jordans, die ich persönlich extrem feiere. Finde ich sehr, sehr nice. Ist einfach ein gelungener Schuh. Wir sehen auch hier, er hat die Naht aufgetrennt. Oder die war vielleicht schon so dabei. I don't know. Er trägt einen 0,32C Pullover in Rot. Sticht hier sehr, sehr schön heraus. Gefällt mir gut. Und dazu dann nochmal... I don't know, was das für eine Jacke ist. Kann ich hier jetzt nicht erkennen. Aber schlichter Fit, jetzt nichts besonders Auftragendes, würde ich jetzt eine 6 von 10 geben. Gut, Freunde, wir schauen weiter. Das Video habe ich selbst auch geliked, weil es mir natürlich sehr, sehr gut gefällt. Er trägt den Liberty & Justice Hoodie. Für meinen Geschmack etwas zu klein geraten. Ich mag es eher oversizeit. Dazu kombiniert er eine Kamuhose und dann nochmal Jordans. Kann man machen. Jetzt nichts besonders Aufregendes. Sehr, sehr viel Schmuck und sehr dicker Schmuck natürlich hier auch am Start. Aber der Hoodie ist natürlich Wahnsinn. Also, bester Hoodie ever. Vintage-Vibes hier natürlich nochmal aufgegriffen. Ist nice kombiniert. Die Schuhe dazu sind nicht wirklich mein Fall. Da hätte ich mir vielleicht auch was in Grün gewünscht. Das hätte ich ganz nice gefunden. So in so einem Giftgrün vielleicht, wie es der andere getragen hat. So als Eyecatcher würde ich eine 7, 6,5 bis 7 von 10 geben. Grüße gehen raus an Team Asad. Wir schauen weiter zum nächsten. Andi X Salomon. Er trägt hier eine Nike Cap. Dazu eine Puffer Jacket in so einem Navy Blue. Und eine fast schon bräunliche Baggy Pants. Dazu hat er noch eine Tasche am Start. Wir sehen uns das nächste Bild an. Eine Ledertasche, die er dann matcht zu diesen Stiefeln. Ich persönlich absolut kein Stiefelträger. Passt bei mir einfach nicht ein. Kann ich mir nicht vorstellen. Das bin einfach nicht ich. Ihm passt es aber sehr, sehr gut. Ein extravaganter Fit. Wir haben doch immer so eine gerale Linie. Ich glaube jeder zweite hat Jordan an. So. Hier sticht er natürlich raus. Gefällt mir aber persönlich sehr, sehr gut. Also ich würde ihm wirklich, ja, eine 8, 7,5 bis 8 von 10 geben. Die Brille dazu. Also steht ihm sehr, sehr gut. Auch hier sieht nach Wien aus. Burgtheater. Also sehr, sehr schöner Fit. Pants by Gramps. Also wenn er wirklich die Hosen von seinem Opa angezogen hat, hat er die 8 von 10 wirklich verdient. Schauen wir hier weiter. Er trägt Jack the Ripper Tee. Freunde. Also ich habe wirklich nicht mit Absicht Fits herausgenommen, wo ein Shirt von meiner Marke getragen wird. Es sind einfach sehr viele Bilder eingesendet worden, wo auch MAM getragen wird. Ich feiere die Hose extrem. Ich feiere digital. Ich habe selbst drei Hosen in digital. Die finde ich sehr, sehr cool. Jack the Ripper Tee. Freunde. Eines der besten Sachen, die MAM jemals herausgebracht hat. Auch die Hose passt perfekt dazu. Die Rottöne werden nochmal aufgegriffen. Ich mag dieses cremige, das gut zur Hose passt. Ein Topfit für mich. Sehr, sehr gut kombiniert. Würde ich eine 8 von 10 tatsächlich geben. Gefällt mir gut. Ja. Jetzt kommen wir, glaube ich, zu einem Katastrophenfit, Freunde. Also ganz, ganz furchtbar. Ich bin kein Fall. Also für mich die Hose absolut kein Fall. Ist mir zu skinny. Wir haben auf der Seite dann nochmal diese weißen Streifen und diese weißen Bändeln. Dazu finde ich ganz, ganz schlimm. Dann haben wir diesen Gucci Pullover, den ich mir vor drei Jahren unbedingt oder vor zwei Jahren unbedingt mal holen wollte. Finde ich auch jetzt noch ganz cool. Aber Brudi, in der Kombination mit diesen roten oder orangenen Schuhen, also rot mit rosa mischen, das geht meiner Meinung nach. Habe ich noch nie gesehen, dass das gut gegangen ist. Für mich auch No Front jetzt an der Stelle. Aber der schlechteste Fit würde ich eine 2 von 10 geben. Und da bin ich noch nett, ehrlich gesagt. Okay, Freunde, das waren die Fits. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welcher Fit euch am besten gefallen hat. Welcher Fit für euch die größte Katastrophe war. Würde mich natürlich auch interessieren. Wie euch das Video gefallen hat, ob wir öfter sowas machen sollen. Ich fand es ganz nice. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr beim nächsten Mal auch dabei sein wollt. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Und wir sehen uns dann am Sonntag wieder mit dem Final Unboxing der Louis Vuitton-Bag, der Louis Vuitton-Geldbörse. Und ich habe bei 6BM eingekauft. Also ein fettes Unboxing. Ich freue mich schon irrsinnig drauf. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag euch. Da ist was von mir. Euer Maximilian.